So, ich bin die Melli und ihr seid bei Let's Befinished, meinem Einrichtungsomrat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute richten wir ein, ja gut, Wohnzimmer ein. Aber vorab, wie ihr seht, ich habe ein paar Sachen noch gemacht und ich habe auch ein paar Sachen in meinem Inventär gefunden. Und zwar sowas hier, was man sehr schön hier so hinhängen könnte, so mit Blumen. Muss ich zwar noch Blumen besorgen, aber, nee, das finde ich jetzt doof. Das könnte man höchstens noch hier so dran machen, genau. Dass man da so ein paar Blumen dran macht. Ne, also ich finde das gar nicht mehr so schlecht. So, zusätzlich habe ich ja auch noch ein paar Wächer, die ich, hallo, noch hier ein bisschen verteilen möchte. So, da können wir was reintun und dann haben wir hier noch sowas. Das ist ja so ein Rüstungsständer. Könnte man ja eigentlich auch mal so hier hin tun, ne. So, einfach nur als Deko, ohne irgendwas drauf. Wie gesagt, ah, ich habe die Bilder. Wahnsinn, ne. Toll. Ja, ich wollte eigentlich ein großes. Ah, sowas zum Beispiel. So. Ach, ja, da. So, und hier könnte man eins, zwei, drei, vier. Lass mal runterhängen. Perfekt. Und hier oben eventuell auch noch. Aber da muss ich die Dinge erst fertig machen. Das ist aber eine andere Sache. So. Voilà. Guck mal. Guck mal hier auch noch so ein Bild hin. Ja, schön. Hier auch. Da. Perfekt. Wenn schon, wenn schon, ne. Machen wir es hier. Yay. Äh, nee. Oh, stimmt. Ja, man muss ja nicht, man muss es ja nicht übertreiben. Aber so ein paar Bilder tun immer wieder gut. Sind auch gern gesehen. So, ne. Händen, tun und da. Guck mal, aber jeden zweiten und dann lassen wir da so ein bisschen was runterhängen. Fertig. So, wir sind im nächsten Objekt. Ich würde sagen, erstmal nehmen wir das Brustrot. Und zwar machen wir hier oben endlich die Löcher zurück. So, zack, zack. Ja, da habe ich beim Bau nicht so ganz drauf geachtet. Aber das kann man ja im Nachhinein immer noch korrigieren. Und dann ist alles gut. Unten im Bäcker muss ich das ja auch machen. So. Bisse, dann wirkt das Objektisch auch schon wieder ganz anders. So, ich würde sagen, wir bauen hier die wunderschöne Landschaft fürs, ne, zum Chillen. Genau, gerade mit dem, ja, ich habe ja gar nichts mehr im Inventar. Ob man beim, äh, sagt schnell, beim Sitzteil da noch ein Fenster hinter macht. Weil wir haben nur ein einziges Fenster und das ist klein. Und deswegen, wenn wir jetzt hier auch noch eins reinmachen, weil die habe ich nämlich auch, äh, ja gut. Wartet. Zack. Jetzt haben wir Platz. Ne, dass wir hier auch zumindest ein kleines Fenster reinmachen, weil irgendwie wirkte das sehr, sehr dunkel hier drin. Und dann könnte man ja hinter dem Fenster ja auch noch so ein... Ne. Das ist, was ich meine. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfekt. So. Die kriegen eine schöne Landschaft. So, nein, ich, ich will dich gar nicht haben. Mh. Alter, will das Ding mich gerade veräppeln? So, dann wollte ich hier nämlich so ein bisschen so rummachen. Und da... Egal. Wir lassen's. Äh. Die sind jetzt, jetzt ist es komplett weg. Jetzt habe ich's im Inventar reingeschmissen und, ja. Dementsprechend. Ja, ihr seid jetzt weg. So. So, ihr seid jetzt. So, einmal da, einmal da. Weil da können wir nichts drauf tun, wie ihr seht. Hat noch. Tee. Voila. So. Ich habe diesmal an die Kolben gedacht. Ah. So, das, das ist echt zum Kömeck manchmal, ne? So. Das einzelne Nachteil ist jetzt. Ich habe keinen Redstone. Okay, ich habe das Redstone vergessen. Kommst du her? Danke. Ja, das mache ich im Nachhinein. Ähm. Wirkt zwar sich unten ein bisschen blöder aus, aber... Sorry. Meine Stimme schaut fast im Popo. Ernsthaft? Ah, dafür haben wir ja hiervon genutzt. Haben wir das so. Jetzt so ein bisschen bunten Teppich. Ist doch eigentlich egal, ne? Doch. Ja. 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 Nee, du musst dich den auch. Dann haben wir so ein Muster da drin. Nö. Cool. Ähm. Ja, das mit dem Rausfahren, das machen wir dann noch. So, aber das heißt aber auch, wenn man wohnt, dann braucht man auch einen Fernseher. Und zwar hätte ich den gerne... Das Problem ist jetzt, dass er auf Eck, ne? Im Grunde könnten wir den eigentlich hier so hinstellen. Machen wir den so einen kleinen Fernseher. Ähm. Dann passen wir den mal da rein. Hm. Was ist das, ne? Warte. 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 Oh, wow, wow. Was war das denn jetzt? Ja, das könnte man lassen. So, Bilder habe ich ja auch noch. Dann guck. Also manchmal habe ich das Gefühl, also... Lass jetzt hier so, oder was? Oh, die Miki. Absolut genial. Finde ich klasse. Bleibt so. Ich liebe die Miki-Eis. Und ich schmeiße die ganze Zeit alles hier weg. So, du kommst auch weg. Dann machen wir mal das und das hin. So, einer da hin. Und einer da hin. Und dann hauen wir da ein bisschen Pflanzi-Pflanzi drauf. So, einer. Ich möchte das auch nicht jetzt allzu groß machen, ne? Dass man da jetzt... Wer weiß, wie groß ein Fernseher hat. Es reicht, dass die da alle gucken können und fertig. Und mein Video ist fertig. Cool, ne? So, ich würde mal sagen, dass wir hier... Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier ein Fenster rein. Da haben wir jetzt einen Dreierabstand. Eins. Drei. Das wäre... Okay, das ist nicht richtig. Galt. Drei. So. Machen wir hier so ein... Sorry, aber... Das Ding braucht ein Fenster hier. Aber sowas kann man ja im Nachhinein immer reinbauen. Können wir jetzt mal schweben. Danke. Und dann macht das ganze Spielchen... Machen wir dann... Ah, guck mal. Wirkt das schon direkt ganz anders. So, ich wollte... Wo wollen wir sie denn? Ach, die sind ja schon da. So. Voila. So wollte ich das da machen. So. Pflanzen haben wir auch. Ich schmeiß wieder alles weg. So, du da hin. Und du da hin. So, jetzt habe ich natürlich wieder... Hey, ich verstehe es momentan überhaupt nicht, ne? So. Nö. Nö. Und das... Nö. So, dann könnte man das ganze Spielchen nämlich hier auch machen. Und dann haben wir... So. Und eine Lampe drauf. So. Da ich also irgend absolut nicht weiß, wo hier die Mitte ist, ist mir das relativ wumm. Da könnte man so eine Leseecke machen. Oder... Ja, so Schreibtisch mäßig. Ja. Wir machen da einen Schreibtisch hin. Wir machen da einen Schreibtisch hin. So. Einmal ein. Aber einen großen. Weil Chef muss arbeiten. Habe ich jetzt mal irgendwas, wo ich einen temporären Blocken setzen kann? Ja. Da. So. So. Eins, zwei, drei. Und dann kriegt der hier sein Breiten hin. Ich hoffe, das sieht jetzt aus. So. Und dann kriegt der auch hier wieder dieses dunkle Holz. Äh, muss sich ja damit ein bisschen zusammentun. So. Eine Lampe. Genau. Wisst ihr was? Die ist doch nicht mittig genug. Machen wir das eben so. So. Und dann können wir hier genau über die Mitte... Bäm. Ein Licht machen. Natürlich kriegt der auch ein Pool. Warte. Warte, 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 warte. So. Und dann... Wo bist du denn jetzt? Da sitze. So. Voila. So. Wo sind denn meine Becher? Ich brauche jetzt erstmal gar nicht. So. Ein dahin und ein dahin. Und wisst ihr was? Ich habe gerade eine Idee. Computermäßig, weißt ihr? Wenn man dann... Nee, okay. Das kann man jetzt nicht. Nee, das finde ich jetzt nicht so passend. Jo. 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 Das... Das gefällt mir. Und dann können wir hier noch... Ja, schließt dann die Kante ab. Okay. Dann haben wir jetzt noch das hier. Ich würde mal sagen, da bauen wir auch ein riesengroßes Regal hin, ne? So. Ich sehe schon. Ja, okay. Neun Stück habe ich noch davon. Den hauen wir dann wieder da drunter. Und dann... Und dann... Oberste Kante. Patsch. Oberste Kante. Patsch. Bücherregal habe ich vergisst. Fällt mir gerade so ein. Macht nichts. So. Voila. Jo. Gefällt mir. Machtstil. Machtstil. Ist... Ich muss ja auch sagen, das sieht jetzt auch komplett anders aus, wie das eine Wohnzimmer, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Hier oben drüber. Also Professor Dumbledore, es tut mir ja leid, ne? Nein. Ich will schon so ein grosses. Aber ich finde das doof, dass... Ja, okay. Geht nicht. Warte mal. Ah, Mist. Wie geht das denn? Ah, warte mal. Ich hau mal ihm da ein hin, einen da hin. Müssen wir das doch eigentlich... Okay. Nehmen wir. Der ist ein bisschen höher. Das passt schon. Jetzt brauche ich einmal euch. Weil ich würde hier nämlich gerne so machen. Wo sind jetzt wieder meine Lappen? Nein. Wieder alles total unorganisiert, ne? So. Jo. Hat stehen. Ja, und hier in die Ecke machen wir jetzt nur noch die große Sitzecke. Äh. Alles geplant? Nein. Natürlich nicht. So. Ich brauche Stühle. Und zwar eins. Nein. Ein weiter. Zwei. Dann machen wir auch einen großen Tisch, ne? Dann muss ich da einen hin tun. Und da einen hin tun. Und dann hier in die Mitte alles rausholen. Voll. Das wird jetzt lustig. Oh. Das ist genau über den Verkaufsrund. Puh. Das sieht lustig aus. So. Das heißt, ich muss auch hier rundherum mit Redstone arbeiten. Aber. Mal später, ne? Mal. So. Aber. Wieso bin ich eigentlich komplett voll? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, ne? Wir haben acht Stühle. Acht Stühle, sag ich schon. Acht Seiten. Das kriegen wir hin. Ja, wie gesagt. Also die, ähm. Dinger hier mache ich ihm auch fertig. Dann passt das wieder. Und dann haben wir das. Dann mache ich hier auch blaue Tischdecken. So, ich hatte ja gesagt, ich wollte hier auch noch ein Fenster rein machen. Ja, wunderbar. Äh. Was kann ich denn jetzt? Derartiges wegschmeißen. Wartet mal. Das können wir wieder hoch tun. So. Jetzt brauche ich aber dicht nach unten. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Damit ich da wieder das Loch stoppen kann. So. Wir haben. So. Einer vom. Eins. Dann hauen wir hier mal so ein Beierfenster, habe ich gemacht, ne? Oder? Eins, zwei, drei. Ne, sogar ein Vierer. Wow. Egal. Größer umso besser. Dann haben wir. Richtig schön großes Fenster. Oh. Ich würde mal sagen, das war ein bisschen zu viel. Des guten Willens. So, Fensterscheiben habe ich hier auch noch. Perfekt. Und die Steine fliegen mir gerade so ein bisschen um die Ohren. Ey, ich habe das Gefühl, als wenn das hier leckt. Na ja, ist auch hier jetzt egal. So. Ich würde mal sagen, da können wir auch noch so ein Bild hin tun, ne? Ah, Bilder sind immer gut. Ja, das macht aber optisch keinen Sinn, ne? Ah, das macht optisch Sinn. Ja. 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 Passt. Mal hier noch eins hin tun. Ja. Oh, das passt aber richtig gut zusammen. So, und dann hauen wir jetzt hier oben drüber noch ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Nee, das wollte ich schon ein bisschen. Ah, jetzt hat er mir den Dumbledore weggemacht. Das wollte ich jetzt nicht. Warte. Naja. Der macht... Ja, okay. Das könnte man auch machen. So, der Demi-Guys... Warum überlackt der sich? Verstehe ich nicht so ganz. Hm. Ähm, was habe ich denn noch an Treppen? Nichts, aber wir haben schon die Zeit durch. So, aber ich wollte trotzdem noch ein paar Lampen setzen. So, jetzt einmal hier hin. Ein da. Ein da. Ein da. Ein da. Ich weiß nicht, es wirkt das hier so unheimlich dunkel. Von der Fährer-Lampe. Ja, passt, ne? Dort habe ich jetzt noch ein... Ein Stück habe ich jetzt noch. Ja, da in den Ecken habe ich. Da habe ich auch. Ich würde mal sagen, hier so über die Tür würde ich auch nochmal gerne eine machen. So, und dann noch eine hier so drüber, ne? Aber am besten so über den Tisch. Und dann ist es eigentlich schon soweit fertig. Also mehr würde ich jetzt auch nicht hier reinklatschen, weil ich finde ein überladenes Wohnzimmer nicht besonders prickelnd. So, die essen hier und hier wird gequakt. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist ein paar Pflanzen sitzen. Zum Beispiel dahin. Einer dahin. Hier so in die Ecke. Da in die Ecke. Äh, die Ecken können wir auch nehmen. So. Und dann haben wir... Ach, guck mal, das reicht sogar komplett. Eins. Ich will jetzt nur einen da drauf haben. Okay, passt natürlich nicht. Äh. Ja, gut. Ähm, das hat sich ja dann komplett erledigt. Obwohl, du könntest... Naja, oder? Nee, tun könnte. Dann haben wir die da oben, ne? Ah, egal. Perfetto, Perfetto. Da machen wir auch nochmal drei Stück. Da eine hin und in die Ecke. Damit hier auch wunderbar Licht ist. Und dann würde ich sagen, habe ich das jetzt eigentlich soweit? Also vom Stil her ist es was ganz anderes wie in den anderen Haus. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, drückt doch den Abo-Button und lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, wir richten die Häuser ein. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Also bis nächsten Dienstag, 17.30 Uhr, jeden Dienstag. Ciao, ciao.